Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier im Studio bin ich, der Sashi, und natürlich, naja, nicht natürlich, aber heute ist der Clint da. Natürlich, also wie gesagt. Ja, heute natürlich. Heute ist der Clint da von dem YouTube-Kanal. Gonzales und Clint, normalerweise zockst du ja hier irgendwie. Ja. Achso, heute zockt man ja so, ne? Früher bei mir hat man so gezockt, so mit einem Joystick. Ja, oder mit Tastatur und Maus. Nee, das ist ja ganz früher. Das war 1922. Aber ich hab hier so, ja, und du zockst so. Ja, ich hab so, ja. Hast du irgendwie was zum Zocken, was so macht? Nein. Na, erzählst du das? Ja, warum machst du denn so? Ich hab nur irgendwie gefragt. Achso. Ja, und wir haben heute den 28. Juli, und am 28. Juli hat Geburtstag Jim Davies. Sagt dir das was? Oh Gott. Jim Davies. Also das Bild ist ja Weltklasse. Kennst du Jim Davies? Nee. Das ist der Erfinder von Garfield. Ja, ich hab gedacht, der hat die Musik gemacht. Ja, der ist, nee, der ist 1945 geboren und ist der Comiczeichner und Erfinder von Garfield. Der hat heute Geburtstag. Ah. Ja. Der findet Montag also auch, es war wahrscheinlich Montag. Es war ein Montag, natürlich. Ja, so, so. Deswegen hat er auch überhaupt keinen Bock. Ja, genau. Ja, und was war am 28. Juli noch? Ja, dann kommen wir wieder in den Radsport. Radsport? Ja, hier. Das ist Lance Armstrong, das viertes Mal. 500 Mal gedopt, aber wie hat er vier oder fünf Mal? Vier Mal, die Tour de France. Das war das vierte Mal? Das war das vierte Mal. Am 28. Juli hat er das vierte Mal? Ja, 2002 hat er das. Aha, okay. Ja. Und am 28. Juli ist auch Tag, Welthepatitis-Tag. Das ist ja schön. Ja, das hilft ja was, ne? Ja. Wenn der Welthepatitis-Tag ist, dann denkt man daran und dann sind weniger Hepatitis-Erkrankungen dann in Zukunft. Richtig. Das ist der Plan, verstehst du? Ja, das finde ich gut. Ja, super. Und was ist am 28. Juli noch? Da fingen die ersten Olympischen Sommerspiele in Amsterdam an, wo Frauen mitmachen durften. Echt? Ja, Frauen durften mitmachen. Und wann war das? Das war 1928. 1928 durften erstmals Frauen mitmachen? Ja, bei den Olympischen Sommerspielen. Und bei den Holländern, siehst du? Ja. Die Holländer sind ja immer so... Ja, die waren ein bisschen... Vielleicht gab es ein paar Brownies und dann war das alles ein bisschen lockerer bei denen. Meinst du? Ja, komm, wenn ihr schon hier seid... Du bist den Drogen auch ziemlich zugetan, oder? Nee, nee. Also ich finde die Stadt einfach nur schön. Ja, die Stadt ist super. Ich habe ja ein halbes Jahr in Amsterdam studiert. Oh. Ja, und das war eine ziemlich geile Zeit. Aber hier nichts mit Brownies oder sowas. Nee, nee, nee. Alles nur... Das muss ja auch nicht. Nee, ich auch nicht. Das war der 28. Juli mit Clint von González und Clint. Jetzt geht ihr auf seinen Kanal und liked ihn mal. Ja, und Abo. Auf beiden Kanälen, die wir da lassen. Sehr klar. Und morgen sehen wir uns wieder am 29. Juli. Und da ohne Clint. Ja. Ist ja auch mal nett. Irgendwann reicht es auch, ne? Ja, genau. Ich sage Cheerio, Sophie. Halt die Haare. Lass sie wehen. Ich mache das mal eben. Achso, ja, Entschuldigung. Ich habe es vergessen. Ein��� Européen. Ich kann es selten.